Hallo Freunde, ihr wollt also die Innenkamera eurer Träume finden? Dann seid ihr auf dem richtigen Kanal gelandet. Perfekt Top ist der Kanal, um über Hightech Nachrichten auf dem neuesten zu bleiben. Und wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, stellen wir heute die 5 besten Innenkameras vor. Bevor wir anfangen, vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren und auf die kleine Glocke zu klicken, um weiterhin unsere neuesten Videos zu erhalten. Los geht's! Diese Kamera befindet sich in einer Röhre. Wenn sie nicht gefilmt werden möchten, genügt ein doppelter Druck, um die Kamera einzufahren und den Sensor zu verbergen. Dies geschieht durch den Motor, mit dem die Kamera ein- und ausgefahren werden kann. Mit einem Preis ab 200 Euro bietet sie ein elegantes und modernes Design sowie eine sehr gute Bildqualität bei Tag und Nacht mit qualitativ hochwertigen Full-HD-Aufnahmen. Beachten Sie, dass sie kein Befestigungssystem hat und daher auf einer ebene Fläche aufgestellt werden muss. Für ihre Verwendung ist auch ihre Installation einfach. Der Sensor ist motorisiert und mobil. Er verfolgt automatisch alle Personen, die in sein Feld eintreten. Es ist auch möglich, ihn manuell über seine mobile App zu steuern. Wenn Sie Schwierigkeiten mit Apps haben, machen Sie sich keine Sorgen, denn diese App ist sehr einfach zu bedienen und dank ihrer vielen Funktionen sehr nützlich. Die Kamera verfügt außerdem über ein Mikrofon und einen Lautsprecher. Die Aufnahme kann mit einer MicroSD-Karte oder in der Cloud erfolgen. Die zweite Option ist kostenlos und speichert bis zu 200 Sequenzen für 30 Tage. Das große Plus dieses Modells ist eine makellose Qualität. Sie kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich aufgestellt werden, da sie UV- und wetterbeständig ist. Ihre Installation ist einfach und schnell und kann auf drei Arten erfolgen. Auf einer ebenen Fläche, durch Anvisieren an einer Halterung oder durch ein Magnetsystem. Die Kamera funktioniert mit einer Batterie, die zwischen 30 und 60 Tage hält. Es ist auch möglich, eine Alarmanlage in dieses System zu integrieren. Sie filmt in 2K, 1080 Pixel und 720 Pixel mit einem Blickwinkel von 160 Grad. Außerdem unterstützt sie HDR. Wir müssen auch über die hervorragende Detailgenauigkeit und ihre natürliche Farbgebung sprechen. Sie funktioniert auch sehr gut bei Nacht und das Modell hat auch einen Projektor. Die Bewegungserkennung aktiviert die Aufnahme und sie kann Tiere identifizieren und Rauch erkennen, aber auch einen bestimmten Bereich überwachen und warnen, wenn ein Fahrzeug an dem überwachten Bereich vorbeifährt. Dieses Modell ist etwas für Google-Fans. Diese Kamera ist sehr vielseitig und eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich. Sie ist mit einer magnetischen Wandhalterung und einem Standfuß ausgestattet. Sie hat eine gute Bildqualität in Full HD, sowohl bei Tag als auch bei Nacht und das alles für 200 Euro. Mit ihrem schlichten Design bietet sie eine Akkulaufzeit zwischen zwei und sieben Monaten. Sie wird über die Home-App von Google bedient. Sie ist einfach zu bedienen und ohne Abonnement zugänglich. Für die Speicherung gibt es zwei Optionen. 30 Tage für 5 Euro pro Monat oder 60 Tage für 10 Euro pro Monat. Für ca. 215 Euro halten sie ein Set mit zwei Kameras sowie einem Hub. Zur Einrichtung muss eine Haltung angeschraubt werden, um die Kamera besser ausrichten zu können. Außerdem verfügt sie beim Bewegungssensor, ein Mikrofon sowie ein Lautsprecher. Sie hat auch einen eingebauten Akku und eine App. Letztere ermöglicht es ihnen, mit der Kamera zu interagieren und über das Mikrofon zu sprechen. Bei der Speicherung können sie zwischen Abonnement und SD-Karte wählen. Sie hat eine sehr gute Bildqualität und einen sehr effektiven Bewegungsmelder. Mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis ist diese 360 Grad Kamera aus einem weißen Kunststoff von guter Qualität, einem schönen Design sowie einer guten Bildqualität. Ihr Sensor ermöglicht Aufnahmen in 2K mit einer guten Gegenlichtmanagement und einer guten Gesichtserkennung. Das Bild ist auch bei Nacht gut und hat einen sehr guten Bewegungsmelder. Die Kamera kann sowohl auf einem Sockel als auch an der Wand mutiert werden. Die Speicherung erfolgt entweder über eine Micro-SD-Karte mit maximal 256 GB oder über ein Abonnement für 4 Euro pro Monat und pro Kamera. Sie ist ab 35 Euro erhältlich. Sie wird über eine App bedient, die praktisch einfach und übersichtlich ist. So Freunde, wir sind schon am Ende dieser Top 5 angelangt. Die Links zu den einzelnen Produkten findet ihr in der Beschreibung unten. Vergesst nicht auf den kleinen Daumen nach oben zu klicken, wenn euch das Video gefallen hat. Der Perfect Top-Kanal sagt bis zum nächsten Mal für ein neuer Hightech Top 5. Daumen hoch! a ein das